so hallo ganz kurze folge things einfach auch um zu sagen es könnte sein dass die nächsten tage jetzt mal nix kommt ist es gerade wirklich wir sind gerade so wieder vorm halbjahr in der halbjahreszeugnis phase und es ist gerade echt viel 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 los deswegen es könnte sein dass ich einfach absolut nicht zum aufnehmen komme so wir haben letztes mal dieses pit level den secret exit gemacht mit dem undertale gimmick und jetzt hätten wir den normalen teil vom pit level vor uns naja wir probieren es mal wir probieren es mal aber viel länger als 20 minuten werde ich den part jetzt nicht machen sage ich gleich die musik aber super ich erinnere mich allerdings weiß ich schon gar nicht mehr was ich machen ja ich weiß was ich machen musste genau 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 dann da hoch okay kann jetzt auch sein dass ich super unkonzentriert bin einfach weil ich habe so viele sachen im kopf die ich jetzt noch machen muss und ja also es kann auch wie gesagt wirklich sein dass die nächsten tage jetzt mal nix kommt ab und zu kommt das wörtel weil das würde das was ich auf jeden fall immer kurz aufnehmen weil ich halt ehe spiele so für mich dann kann ich auch aufnehmen also so aber kann sein dass hiervon jetzt mal ein paar tage nix kommt dann bitte einfach nicht wundern vielleicht kommt auch was falls ich doch dazu komme es lässt sich halt nicht abschätzen es lässt sich ganz schwer abschätzen ich sollte mir abgewöhnen immer doppelt und dreifach sachen zu sagen so das ist es war jedem nach dem erst mal klar was ich sagen wollte das liegt immer noch das ist super gut okay es läuft doch schon ganz gut weiß hat nicht wie lang das ganze der ganze spaß hier ist aber naja auf den zweiten joshih zu landen ist so schwierig irgendwie den anderen nehme ich automatisch mit und durch den falle ich irgendwie durch das ist strange ach so ich glaube ich soll gar nicht im flug auf dem landen die ich glaube die münzen zeigen dass ich da auf der manche springen soll das könnte funktionieren ja das kann funktionieren deswegen sind die so gekrümmt auch die münzen vielleicht soll ich sogar mit dem joshi weiter das wäre denkbar nach mist oha war ich viel zu langsam ja aber dann trotzdem weiter ich glaube nicht dass ich mit dem joshi also ja und die okay und dann auf die auf die fallenden goombas ei 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 oi 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 also da hoffe ich wirklich auf sehr schnell den checkpoint weil das ist schon das ist schon böse aber vielleicht wird es mit also vielleicht gewöhnt man sich mit der zeit auch dran keine ahnung ach nee der joshi ist trotzdem also das ist so die erste stelle die schwierig ist und alles bis dahin geht einigermaßen fit aber da wird es dann schon bürze nein Ja, okay und dann da Ach komm Ja Jetzt, jetzt, okay, okay Ich glaube jetzt habe ich die Cointrail Ganz gut verstanden, wohin ich springen soll Das hat nämlich tatsächlich gut funktioniert Genau da wo die Münze war Ist tatsächlich Yoshi auch gelandet Also die Cointrail ist echt Sie sind echt gut, ja, okay Jetzt habe ich es gecheckt, jetzt habe ich es gecheckt Jetzt kommen wir weiter Das hat gedauert, aber ich habe es gecheckt Okay Das ist schon mal gut Das ist schon mal immer super gut Wenn so Stellen, die einem Probleme bereitet haben Plötzlich sich in Wohlgefallen auflösen Das ist sehr gut Dann müssen wir halt gucken, wie es weitergeht Na, wäre war falsch Ich muss mich kurz kratzen So, weiter geht's Nein Nein Ja Okay, das war doch schon gar nicht so verkehrt Hat zwar gerade irgendwie so ein bisschen kurz geleckt Weiß nicht, ob man das gemerkt hat Hatte zumindest das so ein Leckgefühl Aber jetzt geht's wieder Aber jetzt geht's wieder Ah Ja 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 Okay, was jetzt Ah, Spinjump Okay So far so good Würde ich sagen Was dann bei der Pflanze weitergeht Hab ich noch nicht gesehen Aber, ja Wir sind schon mal der Sache ein bisschen näher gekommen Ach Gott Okay Okay, und dann da drauf Ei, ei, ei Und dann muss ich da so ein bisschen Nach links Aber nicht zu weit Ei, ei, ei Ach Gott Nein Okay Nein Ich hab gesprungen Nein Ach, Yoshi Nein Boah, er ist so knapp Das war gut Und dann dahin und dann da Oh mein Gott Es ist so viel auf einmal Da ist noch leider kein Midwaypoint in Sicht Also wir haben ja Progress gemacht Wir sind ja, wir haben ja schon deutlich mehr gesehen Wir haben jetzt auch die Stelle hier gelernt So, es ist ja Wir kommen ja vorwärts Dann darüber Oh, Alter Aber wir kommen Stetig vorwärts So, das ist ein ganz gutes Zeichen So, das ist ein ganz gutes Zeichen Nein Ah, ich wollte gerade sagen Vor allem, weil ich jetzt Yoshi immer öfter treffe Und gerade dann habe ich ihn nicht getroffen Aber es stimmt trotzdem, dass ich ihn immer öfter treffe Das stimmt trotzdem Nein Ach, diese scheiß Mancha Oh, ich muss mal auf meine Stimme ein bisschen achten Ich habe auch so leichte Halsschmerzen Aber nur leichte Okay Oh, nicht dem, nicht, nicht mitnehmen Nicht mitnehmen Oh, muss ich dann oben auch noch fliegen oder was? Hilfe Nein, nicht Spin Jump Du Trottel Boah, muss ich da oben auch noch fliegen? Dann Anlauf nehmen und irgendwo hinfliegen? Ach du Schande Bitte Also, das ist ja Oh, wird das stehen Wenn ichs da oben auch fliege Und dann Nee, ich bin Ich bin No Da oben Und dann Oh, ich bin Oh, ich bin Ich bin Oh, ich bin Nein, oh Mann. Nein, ich habe vergessen zu Spinjump. Oh mein Gott. Mist. Ach komm, diese Scheiß... Ich bin ja gedanklich dann schon beim nächsten Sprung, weil ich ja will, dass der einen da einfach funktioniert. Aber leider tut er das noch nicht. Nein, oh. Oh, okay. Ach, Mann. Man hat... Oh, es ist wirklich... Es ist eigentlich fast gefühlt noch weniger Reaktionszeit als in anderen Leveln. Also ich muss wirklich so schnell... So schnell umreagieren und... Boah, krass. Nein! Nein! Ah, Mann. Ich will nicht in diesem... Ich will doch weiter hochkommen. Kann man nicht, wenn man einmal eine Stelle geschafft hat, einfach immer die Stelle schaffen? Ich becke auch in jedem Part über das Gleiche. Ja, aber es ist halt so. Ändert sich ja nicht. Okay. Nee, nicht wieder mitnehmen. Mann! Oh, du hörst... Nimm die Scheiße doch nicht mit, Mann! Soll das denn? Soll das denn, das mitzunehmen? Weiter als das von gerade waren wir ja noch nicht. Also das war jetzt wieder das weiteste bisher. Okay. Oh, nee! Da muss ich... Oh, Gott! Da muss ich dann ausweichen. Oh, alles klar! Alles klar! Natürlich! Nichts leichter als das. Oh, Junge! Ja! Okay, wir sind wieder hier. Wow, krass! Da ist noch... Das ist... Okay, okay. Da kommt der Midway. Safe! Safe Call, da kommt der Midway. Nice, wir haben die erste Stelle. Oh, mein Gott! Safe Call kommt da, der Midway. Oh, mein Gott, ja! Das wäre ja dann schon mal Progress in dem Part. Ich meine, wir haben auch so Progress, weil wir sind höher gekommen. Aber es wäre auch save-barer Progress. Allein die Röhre, allein, dass ich gerade die Röhre gesehen habe, löst in mir so viele Dinge aus. Hoffnung, Angst, dass ich es doch nicht schaffe. Ja, so viele Dinge. Ärger, dass ich es gerade nicht geschafft habe und jetzt doch nochmal alles hochstehen muss. Nein! Ungeduld! Was hat die Röhre in euch ausgelöst, als ihr sie gesehen habt? Was habt ihr gedacht in dem Moment, als ihr die Röhre gesehen habt? Was waren so eure Gefühls... eure Gefühle? Okay. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Ich weiß, was ich tun muss. Ich habe noch nicht diese Scheißröhre getroffen. Oh je, das könnte knapp werden. Ja. Aber wir kommen wie immer der Sache näher. Nein, das war okay. Das hätte ich... Also das war... deutlich zu weit. Äh, deutlich... Ach, jetzt habe ich... Jetzt war ich unkonzentriert. Ja, ja. Nicht mitnehmen. Okay, nice. Okay. Midway. Okay. Okay. Hier, und dann müssen wir weiterfliegen. Alles klar. Das war nicht fliegen. Das war auch noch nicht fliegen. What the heck? Wie soll ich das machen? Ach so. Okay, okay. Also das ist jetzt die reine Flugpassage. Aber auch wieder interessant. Oh, das könnte knapp werden. Nein, das war die falsche Flugding. Ich hätte da... Okay. Wow, das ist es einfach schon. Das ist es einfach schon. Nein, ich hätte... Okay. Aber das schaffen wir. Wow, das schaffen wir. Das ist ja... Gar nicht mehr viel, der zweite Teil dann. Der geht deutlich... Oh, äh, ja. Der zweite Teil geht deutlich schneller als der erste. Sick. Man, jetzt mache ich immer Fehler. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil wir schaffen das. Okay. Ist okay, Spiel. Ist okay. Aber das wäre es gewesen. Also, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nice. Freue ich mich. Nur noch eine Frage der Zeit. Ach, come on. Mann. Ah! Der erst hat mich hingehauen. Ach, Mann. Ich mache den immer falsch. Okay, das würde sogar funktionieren. Ist jetzt zwar ein bisschen... Ah, ich glaube, was wir hier treiben. Ja. Ach. Mann, ey, ey, ey. Wieso kriege ich das denn nicht mehr hin? Das ist wieder so eine Sache, ne? Die ersten Male hat es super funktioniert. Und je öfter ich es spiele, umso seltener klappt der Flug hier. So, das war gut. Das war richtig gut. Jetzt ist die Lava noch richtig schön weit unten. Oh, jetzt habe ich es versaut. Eigerlich. Das war auch schön. Nein! Mano. Oh, wow. Ach, komm, was ist das denn? Ja. Ja, sehr schön. Genau so brauchen wir das. Genau so brauchen wir das. Mist! Ja, jetzt komme ich leider nicht mehr hoch. Okay, aber wir schaffen das. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit und meines Skills. Ich darf halt wenig versauen. So, dann passt das schon. Jetzt, komm! Yes! Bruder! Mach mich nicht fertig! Oh mein Gott! Schwitzi-Schwitzi-Schwitzi! Nice! Ja, beide Level geschafft. Schöne Sache! Haben wir ja einen sogar anschaubaren Part. Ich bin begeistert. Nächstes Mal un-contested power. Theoretisch. Irgendwann. Also, ich kann nicht versprechen, dass es die nächsten Tage direkt weitergeht. Kommt drauf an, wie ich zum Aufnehmen komme. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.